So, seid ihr denn jetzt auch schon schön satt? Wir sind hier raufgeschlendert eben gerade. Haben uns so ein schönes Nackensteak reingehauen und Krustenbraten. Fett dem macht, damit wir was trinken können. Und als allererstes werden wir jetzt mal zum Veranstalter, wa? Genau. Wir werden uns mal zum Veranstalter und promoten jetzt mal unsere Band. Verstehen, ob sich da nicht was machen lässt. Damit man nächstes Jahr hier schön auf den Strohballen fest. Da auch schon die Disco-Mucke bei den Posern. Naja, dann bis später.